Das Wetter muss man ausnutzen für die berühmte Einser. Hohe Schatte, zehn Kilometer sind jetzt vor uns nach Bad Hofgastein. Auf geht's! Das Wetter muss man ausnutzen für die berühmte Einser. Das Wetter muss man ausnutzen für die berühmte Einser. Ja, ja, das ist doch geübt. Also wie rutschig oder nicht rutschig das Ding ist, das würde ich jetzt mal gern sehen, wenn da jemand drüber fährt. Aber die fahren alle links und rechts dran vorbei. Überall links und rechts dran, das kannst du aber glauben. Aber du darfst gern Vorfahren, ich würde dich gern Fallen sehen. Ja, genau. Ich bin über so Plastikteilen noch nie drüber gefahren. Ich weiß nicht, bremst das oder nicht? Keine Ahnung. Ach gut, dann was lieber. Guck, der fährt drüber. Das bremst eher, oder? Das hat jetzt nicht so spektakulär ausgesehen. Also, Schatte, auf geht's! Und die Pilche. Ja, vielleicht vor mir. Und hier. 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 Da. Und hier. Das war's. Das ist aber witzig, oder? Das Ding ist total lustig. Die fahre ich nochmal. Genial, oder? Hier fährt immer kein Schwein. Oh, da kommt einer. Ja, dann sind wir gleich stolperig. Das ist eine Frechheit. Was machen die auf unserer Piste? Ja, normal sind wir immer allein. Genau. Na ja, verpisst sich wenigstens. Hä? Verpisst sich wenigstens. Mal ein Auge zudrücken. So, hau rein. So. Jetzt bloß nicht geradeaus. Jetzt bieg ich ja links ab. Links, 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 links. Links. Jawohl. Das ist es, mehr ist es nicht. Jetzt suchst du einfach einen schönen Weg über die Liftspur drüber und dann sind wir schon da. Das ist kein Act. Ja, nehmen wir den da. Ja. Ja. Jetzt hat sie guckt auch nach oben. Du, jetzt hat sie guckt auch nach oben. Wenn wir mal über die Straße gehen. Nur von oben kommen die selten beim Schlepplift. Ja, weiß. Das hat alles schon gegeben. Ja. Der war aber harmlos. So schön. So schön. So schön. So schön. Jörg Golpeck. Ja, relationships. uno siedelt disturber. Woher vor dir? Die litte zu громkeiten. cumbersicher Raudi. Im Weg um Liegen. Oh, Jumbabela fast. Das ist nicht danach. Aber nicht noch mein Café. Ich hätte das gedacht, dass das noch so schön wird heute. Ja? Das war herrlich. Ich bin genau noch für Nachschub. Eine kleine Suppe noch. Sarge rot. Ja. Na das? Hallo. Wie gu 돼요? Wiese runter. Da kommt den structural inaccurther. Ja.